Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ich spreche am Video. Ich versuche so oft wie möglich es wieder zu schaffen, mehr zu sprechen und die Texte jetzt wieder an unserem Tisch zu kehren. Ja, ich zocke Pachi Mobile. Was komplett Neues, aber mit der Splint höre ich ja nicht auf. Ich hatte eigentlich davor noch eine Aufnahme gemacht. Also schon eine lange Weile davor bei Halloween. Und ja, diese Aufnahme ging verloren. Heute befasse ich mich mit dem folgenden Thema. Artikel 13. Davon haben es ja schon alle gehört. Ja, fast alle. Ich bin kein Jurist, der sich damit befasst, aber ich erkläre euch was es ist. Artikel 13 befasst sich mit dem Urheberrecht. Also, ähm, auf jeder Plattform, wo du was, ähm, ähm, uploadest, beziehungsweise was drauf, ähm, postest. YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, Snapchat, äh, Snapchat eher weniger. Also jetzt solche Plattform halt. Ähm, die kriegen alles so ein Upload-Filter. Was heißt das jetzt? Das heißt, zum Beispiel, wenn ich das Video hochladen würde und die Macher von Pachi, also, ähm, ähm, Instant Games oder so, ähm, sagen, okay, ne, wir wollen nicht, dass du das hochlädst. Also klagen die jetzt YouTube an wegen Urheberrechtsverletzung. Und dann wird das Video halt auf offline gestellt, beziehungsweise gelöscht. Und dann ist es halt passiert. Es betrifft auf Bilder, Zitate, äh, Meinungen sogar. Ähm, da bin ich etwas skeptisch bei Meinungen. Aber, naja. Man kann eine Petition unterschreiben. Die werde ich euch in meiner, ähm, Beschreibung packen. Extra für euch. Ähm, da müsst ihr etwas unterschreiben und so. Und ja, dann ist auch alles von geregelt halt. Ihr müsst so viel Petition sammeln, wie es bloß möglich ist. Artikel 13 gibt es schon länger. Ähm, ich habe meine Petition schon vor neun Monaten unterschrieben und so. Ähm, ich kann euch nur sagen. Macht es so schnell wie möglich, um zu verhindern, dass YouTube und Internet untergeht. Als eine kleine Zusammenfassung. Also, Artikel 13 ist ein, quasi ein Gesetz, wo es entscheidet, was du ähm, posten darfst oder nicht. Also halt, eine Einschränkung. Ähm, da gibt es eine Petition dafür. Ich werde den Link dazu in die Beschreibung reinhauen. Und genießt das Video, Leute. Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Put on false confidence Just to feel alive They can't hurt me anymore There's nothing left to break of me There's nothing left to take from me Baby, it's easy to fake a smile When you've been doing it for a while Baby, it's easy to fake a smile When you've been doing it for a while Hush boy, hush boy, don't say a word Throw on a jersey, no one gets hurt Hush girl, hush girl, just bang your eyes